Hi Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, also wie ihr seht, ich habe hier kein Bett, ich habe vier Bats und deswegen meine kleine Bett heißt Queen und ich werde sie auf, also ausleveln, alle vier und dann ein Video machen, wo ich drei oder vier Pats in Neon mache. Ich glaube dann kommt noch der Autor dazu, der Büffel und die Snowcat glaube ich, vielleicht sogar noch der Snowpuma, dann sind es fünf und vielleicht aber auch noch den, aber ich glaube den will ich einzeln machen. Ich habe mir überlegt, ich kaufe mir mal ein Cracket Egg, ein Pad Egg und ein Fossil Egg und ich werde die jetzt alle bis zur letzten Stufe ausleveln und dann öffnen. So, weil ich, ja, ich will gucken aus, was man so bessere Dinge bekommt, so. Ich konnte mir leider kein Royal Egg mehr holen und ich wollte das Video jetzt sehen, deswegen. Aber naja, ich level die jetzt aus. Bis gleich. Als erstes fange ich mit dem Cracket Egg, Entschuldigung, mit dem Cracket Egg an. Und ein Puff. Alles gern. Leute, oh mein Gott, ne. Ich bin gerade bei meinem Pad Egg ganz zu leveln, weil das kommt als nächstes dran, ne. Dann suche mich, mich tradet gerade jemand an. Ich packe so Büffel und Biber rein. Er packt die beiden rein. Den gibt es nicht mehr. Die sind beide ultra selten. Ich packe Büffel und Biber rein. Er nimmt einfach an. Er hat einfach angenommen. Oh mein Gott. Lol. Jetzt habe ich nicht vor, ich bin jetzt sogar ausgewachsen. Oh mein Gott. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das Gaming war, weil er hat das ja rein gebacken und er hat es auch angenommen. Mhm, das ist das Fossil Egg und ich bin natürlich kein Strebe Egg. Ich glaube, den habe ich schon, oder? Hättest du nicht Legendary sein können? Okay, egal. Ich werde bestimmt irgendwann nochmal ein Opening machen, wo ich dann hoffentlich nochmal zwei von denen bekommen kann, weil dann kann ich den in Neon machen und der ist ultra selten noch eine extrem viel wert sein würde. Und jetzt, ja, das war's mit dem Video. Ciao, hab euch lieb.